Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Bei unserem Kader ist ja schon wieder einiges passiert. Es gab sowohl Abgänge, aber vor allem auch einige Neuzugänge, wo natürlich dann noch die Frage aufkommt, ob denn unsere Aufstiegshelden noch so sehr gefragt sind wie in der Vorsaison. Denn ein Stammplatz sicher hat womöglich zu Beginn erstmal nur Simon Terodde, möglicherweise aber auch Thomas Oren und Rodrigo Salazar. Ja, aber ansonsten wird es da schon eng. Allerdings sieht Uwe Schröder dort überhaupt gar kein Konfliktpotenzial, denn der Fußball würde einfach so funktionieren und das nicht nur auf höchster Ebene. Egal, ob man nun von der Bezirks in die Landesliga, von der Regionalliga in die dritte Liga oder von der zweiten in die erste Bundesliga aufsteigt. Es gibt neue Konkurrenz. Es geht darum, dass Schalke in der Bundesliga bleibt. Da brauchen wir die höchste Qualitätsdichte. Wenn einer besser ist, ist er eben besser, sagt Schröder. Und das soll aber auch gar nicht als Geringschätzung für die Aufstiegshelden verstanden werden. Die Gruppe, die aufgestiegen ist, hat ein hohes Level. Sie ist der Maßstab. Und neu sind da bei uns nicht nur elf Spieler, sondern auch Trainer Frank Kramer, der logischerweise mit den Aufstiegshelden erstmal ja sozusagen nichts zu tun hat. Sprich, bei ihm hat sich keiner besondere Verdienste erworben. Deshalb ist auch die Meinung unseres Trainers nicht allzu romantisch, was den Konkurrenzkampf angeht. Klar, die Jungs haben Großartiges geleistet. Es geht aber Konkurrenzkampf in Position. Den wird jeder annehmen müssen. Egal, ob er neu ist, nur letztes Jahr da war oder schon viele Jahre da ist. Wer spielen würde, entscheidet sich in den Eindrücken auf dem Platz. Und ich denke mal, das ist ja auch am Ende vollkommen in Ordnung. Natürlich werden gesetzte Spieler wie Margin Kaminski oder natürlich auch unsere Führungsspieler Latzer und Palzon durchaus ihre Probleme bekommen, auf wirklich viel Einsatzzeite kommen, weil eben auch genau dort nachgelegt wurde. Aber am Ende geht es darum, dass das gesamte Schalke 04 einfach besser funktioniert als in Liga 2, um auch einfach in Liga 1 bestehen zu können. Und dafür braucht es neue Spieler. Die sind nun da und deswegen soll genau unser Konkurrenzkampf für Qualität sorgen. Und ich finde, das ist auch genau der richtige Weg. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! Anna Lüschalker Und dann geht es gut, ciao und Glück auf! Untertitelung des ZDF, 2020